Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Locans Befehle anzunehmen bei Speyer Vortag, in den Grizzly Hügel, an dieser Position. Vorquest war Auto Safari. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, mein Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Ich fliege nun ins Questgebiet, halte mich aber am Boden, so könnt ihr jederzeit den Weg nachverfolgen und nachlaufen. Und damit ihr euch die Kämpfe erspart in diesem Questgebiet, würde ich euch empfehlen, von ungefähr an dieser Position oder vielleicht geht es auch früher, das Quest Item zu benutzen, was ihr mitbekommen habt. Aufseher Verkleidung. Ist auch im Inventar zu finden. Mal benutzen, mal schauen, ob es funktioniert. Ja, nun bin ich ein Aufseher. Und jetzt könnt ihr in diesem Gebiet einfach problemlos laufen. Ich folge erstmal diesen Weg. Gut, als 60er in VOTL hätte ich hier auch durchlaufen können oder drüber fliegen können. Aber ich wollte euch zeigen, dass man hier sich verkleiden kann und direkt loslaufen kann. Ich hoffe mal, das ist euch eine Hilfe. So, event lang. Immer diesen Weg folgen, ganz gechillt. Könnt nebenbei die Aussicht genießen. Hier ist es gerade neblig. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter, wenn ich hier so die Kamera schwenke. Und nun geht es in dieses Gebäude. Ihr braucht die Map. Diesen Lopens Podest benutzen. Ihr könnt jetzt mitlesen, was er von sich gibt. Ich habe das nicht eingeblendet im Chat. Einen Moment. So. Nun erscheint der Text von ihm. Da war auch schon mehr. Und ihr solltet hier bleiben, bis das abgehackt ist. Nun könntet ihr so als Eisenzwerg wieder aus dem Questgebiet laufen. War doch ziemlich entspannt hinein, oder? Oder ihr steigt auf eurer Mount oder lauft als normaler Mensch. Äh, Mensch, sag ich. Ich bin ja auf der Horde-Seite. Als normaler Ork, Towerway, wie auch immer. Fliegen geht natürlich am schnellsten. Aber ich nehme an, ihr macht die Quest beim Leveln, oder? In VOTLK Classic. Dann könnt ihr noch nicht fliegen, sondern da konnte man erst ab Stufe 80 fliegen, glaube ich. Also müsst ihr laufen. Da empfiehlt es sich, die Verkleidung anzulassen, bis ihr aus dem Questgebiet seid. Ist jetzt mein Typ, ob ihr was macht. Keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich einen kleinen Umweg gelaufen. Egal. Quest ist abzugeben, bei Späher Vortag. In den Christlichügel. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.